So, weiter geht's mit Deadcore. Ne gut, weiter, mehr oder weniger. Wir gucken uns die Speedrun-Level an. So, ja, Alpha hatten wir uns schon angeguckt. Ich gehe trotzdem nochmal rein. Denn, ich will mal was probieren. Moment. So. Kann ich? Wie ist das? Ich habe bestimmt... Hm. Ich kann doch bestimmt irgendwie damit relativ hoch springen, oder? Ja. Okay. Moment. Wir sind in der Theorie. Restart-Level. So. Wo muss ich hin? Erstmal da rauf. Gut. So. Ja. Oh, das sieht gut aus. Damn. Könnte man sogar echt... Ja gut, von hier aus vielleicht nicht, aber von da aus. So. Vielleicht mittig hier stehen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Na komm. Ich will doch nur mittig stehen. Ich will nur das Prinzip. Wo war der Laser? Wo war der Laser? Okay. 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 Das ist theoretisch möglich, oder? Man könnte... Bestimmt... Ah, da war der Laser und hier ist der Laser. Ah, okay. 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 Das funktioniert. In der Theorie. Ich finde es ein bisschen müde, dass der Timer nicht Neustart, wenn man noch am Anfang von einem Level ist. Und... Und... Müssen bitte da... Rauf. Danke. Aha, so. Ich will das jetzt schaffen. Ich will jetzt eine relativ gute Zeit haben. Komm. Zumindest im ersten Level. So. Zumindest hier im ersten Level will ich eine gute Zeit haben. Kann ich sonst auch irgendwo hin, theoretisch? Nee. Ja, das war ein Kacksprung. Oh, warte mal. Kann man? Ich muss mich von hier aus versuchen zu sprengen. Nee. Ja. Ah. Mano. Okay. Einmal versuche ich es jetzt noch. Da irgendwie hochzukommen. Und sonst lasse ich es sein. Okay. Das geht aber ganz gut, theoretisch. Komm. Lass mich das zumindest einmal mit dem Level versuchen. So. Das ist aber echt. Sau. Kommelige Aufgabe. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Merke ein Problem. Und jetzt? Wie kriege ich das Ding jetzt weg? Gar nicht anscheinend, ohne... ...Level up zu schließen. Und praktisch. Ah, das war ein Versuch wert. Okay, gut. Wieso ist das Level? Ich versuche mir ein Level einmal normal zu machen. Nochmal. Mal gucken, ob ich eine einigermaßen gute Zeit hinbekomme. Mal gucken, ob ich eine einigermaßen gute Zeit hinbekomme. Ich überlege auch gerade. Von wo aus so gesehen... ...ich das machen müsste. Warte, ich kann links und rechts rangehen. Wieso gibt es hier zwei Wege? Wow. Jetzt haben wir zwei Wege hier. Interessant. Jetzt war ich den anderen Weg gegangen. Okay. Von mir aus. Einfach mal testen. Wow. Die beiden Wege führen zum gleichen Ende anscheinend. Okay. Mhm. Oder auch nicht. Wow. Wow. Okay. Huh. ich merke gerade eigentlich so langsam werde ich schon so ein bisschen hartmüde welcher von denen hat jetzt den hier weggemacht freigemacht und rüber und 152 und die death time ist 130 aber ich hätte nicht sterben dürfen und ich hätte nicht unterfallen dürfen also wenn man einigermaßen gut durchkommt und fast perfekt dann kriegt man die death time eigentlich ganz gut hin also ein speedrun hier ist einfach nur kommen durch ohne zu sterben gut ja wahrscheinlich würde ich mir mal angucken wie man die hauptzeiten bekommt ohne ein ganzes parcours zu machen ist mir aber dann auch erst mal egal speedrun so beta play ich will mir einfach die level angucken ja ich erkenne den anfang vom spiel wieso ist der turm da nur egal was soll's ich glaube ich erkennt es so halb wieder aber auch nur so halb wo auch muss man die alle deaktivieren die frage nächste ja okay ja ich sollte erst mal oben deaktivieren das war unerwartet so ein bisschen zumindest man könnte auch bestimmt da sich irgendwie man könnte man da bestimmt shortcutten wenn hier ging es jetzt ja auch also ist der weg einfach nur ich muss da oben hin okay das triggert mich gerade wow ähm oh diese dreckste rüffel das ist so okay okay so die weite noch ohne neuen checkpoint okay 245 und 1 dh gut ist auch machbar theoretisch will ich aber nicht machen so dass ich immer wieder auf speedrun erst gehen muss was gehört am tower gab es dann gamma und jetzt mhm auch nö nicht so ein kram ja restart jetzt habe ich den dementeur schon genervt dass man immer wieder neu fix einfach anfangen musste ich dash einfach warum soll ich da hoch warum soll ich da hochlaufen meine Bässe hinter wem anders auf den Nerven gehen wow wow eh die aus oh oh come on wirklich ob ich mich damit wohl hoch ziehen kann ja 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 oh mein god es ging äh dann so gut Theorie gegen auf Theorie gegen auf müssen im moment eigentlich einfach warum sollte ich einmal ganz außen rum wenn ich einfach so machen kann so ach und dann der Checkpoint 1,56 jetzt schon wow jetzt schon zu langsam äh was ja gut der wird halt geschummelt so dann mach ich das halt so äh okay whatever okay interessant ist hier sein mhm wieso wieso bleibe ich in der Luft drauf merkwürdig warum bleibe ich da in der Luft drauf stehen äh nicht so stehen also warum bleibe ich in der Luft nicht drauf merkwürdig okay hier war es Ende 317 ja ja 11 Sekunden bitte was also ich habe in einem wiki Beitrag im Steam Forum gelesen dass es anscheinend irgendwie einen Glitch gab mit dem man hätte die Speedruns austricksen können ich würde mich echt interessieren welcher das ist naja gut Speedrun Delta ach nö komm jetzt schon oh scheiße ich war unter unter der Map ach so ich dachte ich hätte da schnautkotten können also ich hatte für den Moment gedacht ich könnte da hin aber was habe ich erwartet oh ja es sind nur 11 Sekunden aber es sind meine 11 Sekunden so jo mit wat wie schnell kommt die auf einmal ich merke gerade wieder ich werde schon wieder müde wir haben es nicht mal ja gut um 17 Uhr Alter wenn ich morgen wieder um 6 Uhr wach 6 Uhr früh wach oh warte boh wenn ich morgen früh wieder um 6 Uhr wach werde ey dann wird Arbeit die Hölle wenn ich gegen Ende dann müde wäre das ist uncool ok hab's irgendwie geschafft ok wieso krieg ich eigentlich hier jetzt schon solche Level wir müssten eigentlich erst sehr viel später kommen just saying wow äh achso hier ich kann sagen äh alleine weil ich nicht weiß wo ich hin muss sollte ich eventuell nicht direkt versuchen irgendwie ein Highscore aufzustellen ist das schon wieder ein Labyrinth warum ist das ein Labyrinth ist das so gewollt genau einfach hier hin oder nicht äh äh ja dann ich wieder äh ich wieder äh ich wieder ich wieder äh 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 Dass sie nur so kurz immer beneblend bleiben. Geht mir auf den Sack. Warte. Ist hier irgendwas? Ich finde den Weg nicht. Wo muss ich hin? Wow. Verpiss dich. Ja, irgendwo hin. Kann man da oben? Einfach hier oben irgendwie hin. Wow. Ich fühle mich gerade verarscht. Wow. Das war gefährlich. Also und ein freier... Ich bin nochmal gesprungen. Und ein freier Fall. Ähm. Achso, dann muss ich auch noch 200 Meter Entfernung eigentlich mal treffen. Damit ich... ... was Schieben dafür bekomme. Hm. Ich wusste es. Warum gehe ich nicht einfach außen rum lang? Ich habe auch genug Dashes. Äh. Das war nicht hoch genug. Äh. Ich möchte anmerken. Wieso komme ich da nicht weit genug? Hä? Ich habe doch genug für zwei Dashes normalerweise. So. Ist aber kein 1,30 Level, oder? Ich muss kurz warten. Ich kann kotzen. Uff. Mhm, mhm, mhm. Okay. Das war klar. Das darf ich nicht durchkommen. Okay. Okay. Ich bekomme gerade... ... recht Laune von dem Level. Ich... ... hasse diese Art von Abschnitte. Das war natürlich zu hoch. Ist klar. Oh, Mann. Du-di-du-di-du-di-du. Ja, aber ich bin zu tief. Ich habe voll Spaß, die Abschnitte hier gerade. Ich habe voll Bock drauf. Oh, Mann. Ja, weil ich da nicht... Ich springe, bevor ich am höchsten Punkt bin. So. Wow. Oh mein Gott, ich bin durch. Hey, jetzt kommt irgendein Assi-Kram. Jaaaa. Okay. Damit kann ich leben. Damit nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell, 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 schnell. Schnell, so ein scheiß freier Fall. Äh. Ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Ich habe es nicht erkannt. Ich habe es nicht erkannt. Okay. Okay. Whatever. Oh. Einfach oben drüber gehen. 7 Minuten 54 und Death Time 2.30. Ja, ist klar. In welcher Welt bitte den Level in 30 Sekunden? Die haben doch alle gecheatet, wenn wir sowas von. Die haben sowas von gecheatet. Kauf ich keinem ab. Nicht ohne irgendwelche speziellen Strats, die Bugs abusen oder so. Gut. Das wird Delta, oder? Ja. Oh. Noch. Neun. Drei. Äh. Doch. Sechs. Okay. Ach, Epsilon. Werden die eigentlich immer länger oder will ich mehr sein? Vier Minuten. Fünf 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 Minuten. Sechs Minuten. Fünf Minuten. Die werden echt immer länger. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Uff. Eventuell nehme ich die Dinger an zwei Tagen auf, weil irgendwie... Fünf Minuten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da heute noch voll Bock drauf hab. Den jetzt komplett auch noch zu machen. Eieieiei. Und das liegt auch nicht daran, dass ich jetzt gerade live müde werde. Beziehungsweise meine Augen schwächeln gerade. Aber wenn ich jetzt ins Bett gehen sollte, dann... Oh. Glaube ich viel zu kurz und... Alles drum und dran. Das ist die Frage, würde ich dann gleich noch Restless Soul beenden? Eigentlich ja. Wahrscheinlich wird das aber auch nichts mehr heute. Ich... So... Epsilon. Start. Gibt's irgendeine dumme Mechanik, die ich nicht kenne? Ne. Also schon mal so hoch schießen geht nicht. Eigentlich kann ich jetzt vergessen in Death Times zu schlagen. Wow. Okay. Was soll's. Ich hätte den Schalter drücken sollen, aber egal. Ich sollte gleich vielleicht mal, äh, dran denken mir vielleicht eine andere Trails anzumachen. Die Musik ist nämlich ein bisschen deprimierend, die jetzt gerade hier läuft. Der macht bis hierhin schon wieder Spaß. Äh... Wirklich? Natürlich muss ich genau drin landen. Und ich mach einfach so. Es war mehr Glück als Verstand. Wow. Ja, wobei der... Ich glaub der Weg ist... In der Theorie ist ja einfacher. Bestimmt. In der Theorie kann ich einfach auch noch bestimmt... Nein, kann ich natürlich nicht. Okay, gut. Ich hab den Weg schon gesichert. Äh... Aha, aha, aha. Okay. Oh. Da wohl der Abschnitt wohl herkommt. Aber... Da muss man POLENmieter sind. Auch weiter weg. Okay. Interessant. Wow. Noch weiter weg. Kann ich hier irgendwo cheaten? Hält halt nur die aus. Okay. Warte, ich kann hier cheaten, oder? Warte, ich kann hier cheaten. Moment. Du, die, du, die, du. Ja, vielleicht sollte ich das aber auch. Ich komme da rauf. Ich gehe jetzt nicht auf die andere Seite rüber. Das sehe ich nicht ein. So. Ich bin da überhaupt irgendwas. Ja. Da. Das ist planning. Ich gehe hier. wow wow Okay, okay, haben wir so ein bisschen gerettet. Oh Gott. 451, drei Minuten. Ja, okay, gut. Ja, kann man auch schaffen bestimmt noch, wenn man sich anstrengt und alles perfekt schafft beim ersten Mal. Speedrun. Tracks. So, bitte was anderes. Hier, Uprise. Nee. Jo. Nee. Nö. Boah. Seven rings in hand. Und weiter geht ein Text von dem Lied, Michael Sonic. Ja, ich den Titel nie gespielt habe. Äh, ja. Sonic und die Geheimringe. Sollte ich vielleicht mal irgendwie nachholen oder so. Nee. Nee. Böö. Nee, auch nicht. Nicht für den Speedrun! Auch nicht! Neee. Ikarus. Auch nicht. Suntrooper. Ne, Nova. Sky Escape Mind. Negative Wraith. Shining Gate. So, it's my friend. So. Hm. Irgendwie nicht. Die haben es nicht so. Okay, gut. Dann halt die vier erstmal. Auf die Wechseln automatisch durch. So, Level, äh, Epsilon hatte ich jetzt gemacht, ja. Dann Ceta. Die Minuten schon für die Platzzeit. Dann brauche ich wieder sechs, sieben Minuten dafür. Und ich sollte den Zaun vielleicht etwas leiser machen. So. Äh, ach nein. Oh mein Gott. Den habe ich schon mit Cheatengast, den Level gerade. Also. Diese. Abläufe. So. Ähm. Ähm. Äh. Die wussten, wofür die keinen Bock haben, oder? Wo? Äh. Äh. Ah, komm. Weg 30 Sekunden dafür weg. So, da ist das ein bisschen zu hoch. Loosat Level. Hm, 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 hm. Ich weiß nicht, was war zu hoch. Warte Ich hätte gerne einen Checkpoint Just saying Oh Gott Was soll ich mir sagen? Die Level seien zu schwer gewesen, die Hauptlevel Also die wirklichen Hardcore Jumps, die haben sie sich hierfür aufgespart Das da sieht nach normalerem Weg aus Ohne Gravity Kack Okay, das ist der Shooter Weg Ah, come on Link Shooter, rechts Dingens Kann ich nicht eigentlich mich Wieso will ich ihr zum Glück gefallen? Und wieso sieht das Ding unten eigentlich voll creepy aus, der Beta-Turm Wie so ein Tentakel-Wesen irgendwie Mhm Mhm Und da ist auch Gravity Kacke Oh, da ist ohne Gravity Kacke Ich gehe rechts lang Uff Ähm, und jetzt? Ah Okay Okay Und weiter Ach so Da hin Da ist was Ach so Ach so Ach so Da ist was Äh 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 Ähm Ähm Jesus von der Seite Ähm Äh Ich werde sowas von Nichts in Richtung Street Gang versuchen hier Das beschließe ich definitiv Also nicht in dem Death Time mäßigen Sinne Denen wollen wir jetzt weismachen Dass die Die Death Time von denen So kurz jeweils waren Das ist die Zeit, die sie sich wünschen, die sie gehabt hätten Und um Wir brauchen wir, die neuen Ichung zu kommen Ähm Mhm Oh. Ja, das ist... Das gefällt mir irgendwie nicht. Die Reihenfolge der... Irgendwie hier. Moment. Kann ich nicht einfach wieder cheaten? Kann ich nicht einfach... Ja, kann ich. Gut. Leck mich. Ich kann bestimmt hier auch machen. Natürlich kann ich das hier auch machen. Wenn ich es jetzt dreimal machen konnte, kann ich es auch noch ein vier... Äh, ne, zwei mal machen. Ja, und dreißes Mal. Oh, nee. Lern reden. Wenn ich es zweimal machen konnte, dann kann ich es auch ein drittes Mal machen. So. Nice. Keep it for the win. Ich war mir jetzt relativ sicher, ob er gezogen hat. Ah, da war der Haken. Deswegen kann ich das nicht so machen, wie ich es dachte. Okay, aber die Sprünge kennt man aus dem Hauptspiel. Schon noch so ein bisschen. Die sind nicht großartig anders. Wow. Äh, nö, 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 nö. Akzipiere ich nicht. Bin am Ende. So. 6,45, äh, 5,40. Okay. Gut. Seta, origai. Äh, origai. Was auch mal. Uff. Speedrun. So. Knapp die Hälfte habe ich, äh, gut, jetzt. Knapp auch eine Hälfte. Und das Ganze hat gedauert 45 Minuten. Hm. Überleg gerade. Mach ich jetzt noch weiter oder nicht? Was machen wir jetzt? 6. Wie lange sind die noch? 5,15, 5. 3,45, 6. Also haben wir 7, 7. 7. Haben wir 7 Minuten. Das sind... Wie viele sind das jetzt noch? 5, 4, 7. 7 mal 7, 49 Minuten. Ich glaube... Ich spare mir die einfach für... ...Morgenfrüh oder so vielleicht auf, wenn ich vor der Arbeit noch was aufnehmen will. Boah. Boah. Kann ich eigentlich, oder? Morgenfrüh aufsparen. Hm. Oder für später. Weiß noch nicht. Ja, komm. Ja, komm. Dann, ähm... Nehme ich die morgen auf. Oder morgen, äh, abend noch mal irgendwann. Und spielte ich jetzt mal eine Runde... Äh... Ich überlege gerade, schneide ich das zusammen. Wahrscheinlich schneide ich das trotzdem dann zusammen. Dann habe ich, äh... Ein Video über den ganzen Speedruns. Aber ich nehme die trotzdem später auf. Dementsprechend... ...übergebe ich an Zukunfts-Uni oder... ...sagt tschau. Ja, dem IP entscheide. Wahrscheinlich aber eher Zukunfts-Uni. Gut. 5.50 für die Death Time Uiuiui Ich mag das Grüne jetzt schon nicht Sieht es unten aus? Schön, dass der Turm auch immer wieder seine Farben ändert Aber okay Äh, wat? Okay, jetzt Im Moment war ich verwirrt, weil ich zweimal dashen musste, aber okay Ähm Wow Ich bin gerade überfordert Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal Just saying Darum muss ich bestimmt nicht hin Jo Ich meine, muss ich hier in den Speedrun Level nichts einsammeln Aber wo kommt das Ding jetzt her? Müsste das Ding nicht wieder hochfahren? Nein Offenbar nicht Oder hätte ich hier her gesollt Schon hätte ich da her gesollt Uff Wenn ich jetzt nicht mal oben Ein Save Point wäre echt geil Wow Wieso gehen die einfach hier oben drauf So bestimmt Viel einfacher Ja Ungefähr so Ungefähr so Nice Beaten for the win, I guess Wow Was? Wow Oh Das ist super Danke Block Das ist super nett von dir Block Wieso ist die nirgendwo Wow Okay Ich schicke mich gerade durch den Level Egal Ich finde das gerade schön Also noch öfter dieses Hindernis Und ich kann keine Krise Hä? Wie soll ich da durchkommen Warte Ich bin jetzt gleich schon mal unten Wiederholen hier die Aufgaben irgendwie Aber okay So Ach so Das bewegt sich ja doch Das wäre durchgezogen Oh Okay Dann ist ja noch okay Das wäre doch nicht gut Das wäre durchgezogen Das sah nur so aus Okay Ah wirklich Das ist ein bisschen mies Aber nur ein bisschen Ich brauche da noch einen Jump Ach das ist mies Ja ich glaube das hat mir jetzt eventuell auch den Highscore hier zerstört Die Stelle Oh Oh Did you do Did you Wow Und das nicht jetzt. Ja, ja. Das war einfach so wert. Jetzt hänge ich da an so einer dummen Stelle. Ach. Jetzt aber man geht's ja auch. Wow. Überhaupt nicht mies. Oh. Wie groß denn die Level auf einmal bitte? What? Das habe ich gerade nicht gesehen, dass da so ein Ding rotiert. Was macht die überhaupt? Wow. Okay. Okay. Huh. Ah. Warte mal. Das ist ja wie. Okay. Wie soll das funktionieren? Jetzt muss ich jetzt erstmal verstehen wie das funktionieren soll. Wie funktioniert das? Okay. Das kriege ich nicht an. in dem Leben. Äh. Okay. Okay. Ich muss den Button umlegen. Mit F wird das nichts. Äh. Settings. Video. Gamma. Da. Ne da. Last. Last. Muss ich hoffen, dass mein Ausbutton funktioniert. was? Das wollen die auch noch öfter haben. Dann. Hä? Okay, ich weiß nicht, wie ich das machen soll Nö Ähm Ja, nö Kann ich da stehen? Nein, kann ich nicht Hm? Ja okay das verstehe ich nicht moment ich gucke mal kurz auf youtube irgendwas finde ich das so richtig 3 7 schießt das ding ab okay ich mache es falsch war schon mal ganz ganz falsch also was ist nicht ganz falsch aber ja okay gut verdammt hier ist schon nichts mehr das ist okay so ähnlich hatte ich mir gedacht und dann bin ich natürlich jetzt so leck mich es ist wirklich ich bin zu tief das ist ekelhaft muss fast zeitgleich passieren das ekel ich geht aber kann ich nicht einfach dann hier oben drüber lang kann ich ja sag mal kein einziger scheiß checkpoint unterwegs ist das euer verpickter ernst wow ok ich mein gut dann wird wahrscheinlich alle upgrade schon mal brauchen weil es nicht immer fünf schlüsse brauchen trotzdem ist ja pervers ja und dann wird man hier geblockt bist du in die endlichkeit also das ist das ist ein bullshit level der ist bullshit aber sowas von ja irgendwie ich habe auf diesem level jetzt schon keine lust ist das nachvollziehbar eventuell heißt aber auch dass ich dadurch muss ja aber kommt dann mal durch vernünftig oh nee den scheiß hab ich heute morgen hab ich gar keine lust oh man ich wollte nette kleine speedlevel haben nicht nicht so um bullshit ja dann geht der sprung halt auch nicht jedes mal ich hab jetzt nur elf schüsse die ich mir soweit das upgrade habe ziehe ich mir mal fünf ab ah ja ist klar kein einziger checkpoint zum auffüllen bullshit wenn man das upgrade hat es kostet immer direkt vom mass überhaupt schatten oder oh kurz antippen reicht anscheinend ok hab nichts gesagt antippen reicht muss nicht aufladen ist du das geht was du 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 au du der du 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 oh mein gott nicht durch wenn hier jetzt noch so ne scheiß kommt die ganze rechne krise, wow alter das ist aber echt einfach nur ein abschnitt aus dem hauptlevel äh, wait a second, was äh, so warte mal okay, ich nehm den Weg mhm, mhm, mhm also ich hätte nur ruhig ein paar mehr shortcut sein können das sank wow da wär so ein Weg, aha also wenn das die geraten, das schaff ich jetzt schon nicht mehr wow cheating whole wind achso oh nö, ich hatte darum müssen es eigentlich immer die Dinger sein ja komm Bullshit das war so auch so ein Bullshit das war so das war so gut wow wow okay uff ich bin schön, wie sie immer wieder die gleichen Objekte nutzen teilweise die gleichen Hindernisse oh god oh god death time 5 fluten just saying und dann so Mist natürlich oh, ist klar die dürften hier noch gar nicht sein die sind erst im letzten Level Abschnitt und nicht hier die death time kann ich mir abschminken und irgendwie soo 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 wow yo what ja ist ja gut oh fuck this level death time für den Arsch kaufe ich den nie im Leben ab die Zeit sowas dann kaufe ich den die Zeit nicht ab oh nice oh god der linke blieb ist mir einfacher gewesen wow den Checkpoint will ich haben bitte was wie soll man das denn auf normalen Wege machen wow wow okay Ende wo ist mein Checkpoint wieso geht wieso sind die so hoch leckt mich doch ey die Shortcuts hier sind Bullshit also was ist Shortcuts oder Checkpoints das ist ein Witz die Checkpoints die Checkpoints die Checkpoints sind ein Witz oh man ich bin jetzt dreimal so lange dem Level wie dem ersten jetzt kann man ja keinem erzählen und es ist gewollt und es ist gewollt boah wieso kann ich nicht von hier aus einfach den halben Weg da dann skippen kenn ich bestimmt das ist das Ende oder das ist das Ende oder komm oh oh Gott 9 Minuten mhm mehr nach 16 Minuten äh ne 18 fast alter ist der Level beschissen gewesen ahaha eieieiei ah das waren doch nicht mehr die letzten Iota 345 615 vor denen hab ich Angst 345 oh Gott ah ich sehe schon von was der Level abgeleitet ist der ist vom Anfang vom 5. abgeleitet ja das ist ok den erkenne ich jetzt sogar den erkenne ich sogar vielleicht ja nicht wieder cheapen wie beim anderen damals und oben drauf laufen oder so na na wieso hat der sich nicht aktiviert vorhin und dann fällt mir da wieder so rum raus ok ich versuche gar nicht auf die Zeit zu gehen immerhin sollte er ja relativ kurz sein wow ach jetzt muss ich hier erstmal diesen Scheiß machen oh man ach die drücken mich da in die Wand rein die Bixviecher ja ich will nicht mehr sagen nochmal wollte ich die Level machen Doop-de-doop-de-do Ich weiß, ich bin mit hier gerade relativ beschissen und so weiter, aber Es ist halt einfach sauanstrengend gerade Sich aufs Reden zu konzentrieren, wenn man hier irgendwie Da durch muss Wisst ihr was? Leck mich Mach das jetzt so Oh Ich kann das so nicht machen, ich muss da durch Cool Ich muss alle Portalwege Steppen Wenn dann der Weg hier offen ist Ach so, der Weg wird schmaler, deswegen bin ich vorhin gestorben Ah, ist ekelhaft Wo ist mein Shortcut? Ach mal, mein Shortcut, mein, äh, Dingens Zumindest erkenne ich jetzt den Aufbruch im Level wieder so ein bisschen Ich gehe schön den Weg Oder auch nicht Verdammt Viel zu früh Viel zu früh Viel zu früh Oh, wenn ich jetzt hier die dummen Sprünge machen muss Was mache ich da? Ah Kann ich nicht einfach auf euch springen? Bringt nicht so wirklich was eigentlich Bringt nicht so wirklich was eigentlich 4, 5, äh, 4, 6, 50, mhm Und das soll der Kurze Level gegen Ende sein Was kann ich nicht einfach aufbauen? Was kann ich nicht einfach aufbauen? runter mit dir kreise, das ging ja von außen ok ich schummel mich hier zertrotzt wie ich auch genau da vorstehen muss, ist so ein bisschen merkwürdig mhm 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 so, geht auch so na klasse ah, nicht hoch genug, gut ja hätte man doch nicht auch von unten irgendwie reinkommen können mhm es ist, es ist einfach so nervig wow einmal wogegend und mhm ach, bin ich genervt von diesen Leveln eventuell sind sie schwer jein haben sie zu wenig Checkpoints ja fairerweise sind sie aber auch Speedrun Level oder Challenge Level von daher haben wir trotz so also wenn da halt einfach mal ein scheiß Checkpoint wäre wäre oh man oh man ich schlag halt irgendwo gegen und komm nicht hoch genug Checkpoint Checkpoint oh mein Gott Ende? nein wieso nicht weil das hier Ende ist so viele Gegner Gott lass mich in Ruhe oh das ist ein Checkpoint nice ja ja doop de doop de do sind echt eins zu eins aber die Abschnitte aus dem Popgame Nur nerviger Ich soll hier echt nicht einmal springen Zwischendrinne Oh Gott Und dann bin ich zu hoch natürlich Uff Ende? Oh Gott sei Dank 345 10 Ne sicher Äh So Ist das jetzt Iota oder? Ich bin leckerer Kappa Was mache ich denn jetzt noch oder mache ich mich jetzt fertig um Richtung Büro zu fahren? 9 plus 8 17 15 Wenn ich jetzt los fahre Dann habe ich gegen 17 Uhr Feierabend Hm Das ist die Frage 17 Uhr Feierabend Dann habe ich halt Abend noch theoretisch wieder hier Zeit Hm Nehme ich jetzt noch weiter auf oder nehme ich jetzt nicht weiter auf? Oder spare ich mir die für morgen auf irgendwann? Oder Abend zu Hause werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr viel machen Hm Aber er ist halt recht lang Und die sind alle auch 5 Minuten Ja die sind jetzt alle recht lang Nicht für jeden 15 Minuten brauche ich es hier eine Stunde für jeden Ja ich glaube ich mache nochmal einen weiteren Cut Da muss ich halt 3 Videos zusammenschneiden Entweder gucke ich dann heute Abend oder morgen als ich weitermache Aber ich glaube jetzt sollte ich erstmal langsam mich dann fertig machen und Richtung Büro fahren Boah Tasche habe ich gepackt Äh Habe ich noch irgendwas ich mitnehmen muss? Festplatte muss ich mitnehmen, ja Hm Ansonsten habe ich über alles gut Dann übergebe ich wieder an Zukunfts-Uni und Wow Bis dann So Runde 3 mit den Speedruns und es ist Freitagmorgen Viertel nach Acht und ich habe eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit bevor ich mich fertig machen muss um zur Arbeit zu fahren Uey Gut Äh Andere Frühstücken morgens und gehen duschen und machen was auch immer Und ich gehe in den Rechner und nehme auf Aber das früher aufstehen kommt mir nicht gut So Iota Achso das Level hatte ich schon, ok Hatte ich Ich will übrigens was testen Ich habe nämlich was gesehen und Wenn es das ist was ich denke Oder wenn das der Speedrun trägt Oh nein Der sieht aber gar nicht so lang aus der Kurs Wo ist der Also warte mal war es jetzt der 3 Minuten Kurs oder Moment Äh Mainmenü Jetzt bin ich verwirrt Eta Eta Iota ist der mit 3,45 gewesen Kappa Orionis Der soll 6,15 dauern Wahrscheinlich ist er Achso Oh Das habe ich nicht gesehen Ok gut Äh Ich glaube ich kann jetzt aber nicht testen Ob das funktioniert was ich gesehen habe Wobei Ich fahre nicht auf dem Boden Äh Soll ich den Heim einfach weiterlaufen lassen Damit ich wirklich sehe wie lange ich so für so ein Level brauche Gut Jetzt rechts am Anfang Oh Ist mir so nicht geplant Wow Wow So Ok das hat schon mal nicht funktioniert Will das an der Wand mal testen Ob das so klappt wie ich es gesehen habe Äh Nutzen musste Und Schon ist man quasi dann Mit Highspeed nach oben Klappodiert worden Nach und nach Das war echt 1 zu 1 der gleiche Abschnitt So Und irgendwie lame 1 zu 1 der gleiche Abschnitt ist Aber man kommt hier einfach hoch Und wo ist mein scheiß äh Checkpoint Ich fühle mich gerade um meinen Checkpoint betrogen Was für dich bitte Mag ich passieren Ja Hallo So So Gut Könntest du Wow Und endlich Checkpoint Machen wir mal hier das Load Oh Gott Frage Kann ich nicht einfach von hier aus Kann ich Ja kann ich Oh Gott wie lange ist denn der noch Okay Ich verstehe die Zeit mittlerweile Ah come on Dann versuche ich halt durchzukommen Achso Ich dachte ich muss immer durch so ein Ding durchspringen Wenn es einfach nur springen ist dann ist es easy Okay Okay Scheiße lahmarschig aber Was soll's Oh und da schon wieder ein Checkpoint Sind die aber großzügig Okay auf den habe ich keinen Bock Und hier nochmal alle zusammengeworfen die sie schon hatten Und hier gibt es auch ein Checkpoint Oh mein Gott das ist gerade nice Ich glaube die haben echt nochmal alle zusammengeworfen die sie schon hatten Beziehungsweise sieht hier aus dem letzten Level zumindest Schaut mir irgendwie so vor Wow Wo ist der Haken? Check Okay Wieso wird das hier gerade so nice Und so nett auf einmal Also mit dem Moment zumindest Oh War da so ein großer Kubus Oder Nein da war einfach nur das Ding wieder auf dem Rückblick Okay Ist doch relativ easy dadurch zu kommen Okay Gut Oh shit Ich will nicht mehr Kann ich eigentlich? Ich kann oder? Kann ich nicht einfach da hin rüber Wow Wow Uff das war knapp Kann ich nicht jetzt einfach hier irgendwie rauf Sooo Sooo Okay Ist da irgendwo unten Checkpoint Nein da ist nur so ein Checkpoint Fällt mir nicht Wieso ist hier kein Checkpoint Wieso ist da kein Checkpoint? Sehr mies Weil nein muss ich hier schon wieder diese Sprünge machen Da ist ein Checkpoint Okay Naja Die Zeit habe ich schon mal nicht gepackt Aber Jetzt gehe ich die Sprünge wieder nicht hin So 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 Hallo Das Ding ist nicht spitz Wie das Hat das rotes Zeug drauf? Wow Dann halt die normale Weg Oh Das Ding ist nicht spitz Das Ding ist nicht spitz Das Ding ist nicht spitz Das ist aber auch ekelhaft der Sprung Ist runtergefallen? Ja ist runtergefallen Ich trau dem Ding nicht Bleib oben Oh der hat mich nicht gesehen Er hat mich gesehen Er hat mich gesehen Ich will ihn aber nicht gesehen haben Rüber zum Checkpoint Du Bitch Wie kannst mich mal Häuf mir fast durch Nice Ich glaube die haben mir echt nochmal alle Internissachen aus dem letzten Level Eingebaut Oh Ups Okay Ich muss eigentlich gerade Musik wechseln Ich glaube ja Wo ist der Haken? Ähm Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Oder ist der Haken? Das war Dampgefährlich Und ich glaube ich hab's 9-11 Uff Schüler des Phileas Schließe alle Was? Sämtliche Maps Das Spieltum los ab Ja das sind aber noch drei Main Menu Also gut Sind die erst im Nachhinein zugekommen Oder zählen nicht zu den offiziellen Leveln Gut Clement Amplifier Soll fünf Stunden dauern Okay Einmal reingucken Das sieht ja schon nervig aus Oh komm Von allen Hindernissorten Die man sich hätte nehmen können Warum die? Oh Gott Was? Interessant Das gab's so noch nicht Äh Oh Gott Und jetzt? Achso Gibt's hier Checkpoints? Aha Okay Es gibt Checkpoints Gut Den will ich nicht rumheulen Oh Gott Äh Okay Checkpoint Ah come on Okay Das hab ich nicht gesehen Wie lange ist das denn noch? So Das war interessant Das geht weg nach oben Aber nö Das war Angewinkelt Oh Gott Ich weiß nicht wie Aber ich bin irgendwie durchgekommen Aha Warte Warum ist das hier? Warum ist hier so einer? Oh Gott Checkpoint Danke Hier wollen wir verarschen, oder? Oh man Oh man Daran kann ich mich nicht festhalten, oder? Nee So So Ähm Kann ich nicht einfach Okay Einen noch Und dann Ja Dann so Und dann so Und dann ist da ein Checkpoint Und Achso Das ist kein Ding zum Durchspringen Wow Hallo Das ist ein Ding zum Durchbringstil Das ist ein Ding zum Durchbringstil Das ist ein Ding zum Durchbringstil Ich glaube Ich glaube das könnte mir jetzt Den Run Zerstören Aha Aha Wo muss ich hin? Ähm Ah Einfach da raus Habe ich sogar Oh mein Gott Um 3 Sekunden habe ich sogar den Deathdingens geschlagen Besiege Was habe ich vergeschaltet? Leuchtspur Besiege Die Entwickler zu einem Funken Ah Uff Main Menu Ja gut Um 3 Sekunden geschlagen Geil Speedrun I.O. trah ich jetzt schon oder? Ja Papa Mhm Auf Platz 642 Von 7.89 Oh Von Clement 275 Von 7.30 Hm Nikolas Deadlock Auch 5 Minuten Komm Vielleicht kriegst du heute morgen noch durch Ich Z Not Nomi Niko Warte 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 Ähm Ich bin deaktiviert Kann man nicht deaktivieren Ok Moment Ich bin deaktiviert Wie ist dein Level Hier muss ich mir nichts drücken Ich muss nur Was zum Ok What the actual fuck Ich bin deaktiviert Äh Ich bin deaktiviert Ich bin deaktiviert so also da soll ich weiter beschossen werden anscheinend wo ist das ende obendrauf wahrscheinlich ich bin da auswählen da hingeschossen ich will schummeln komm ich bin hier aber aus gar nichts wie ich merke ich bin da zurück geschossen dann muss ich da den turm wahrscheinlich überleben das gefällt mir nicht ja was bringt mir das jetzt ach so moment ist das doch ähm äh löern wenn die runter schieben nein dann kommen wir her so knowledge cost glaubt ja wurde das gepatcht oder warum was ist jetzt hier sind und zeigte sache nee kann ich mir nicht vorstellen alle auf einmal das ist nun zweck der sache ich geh auch nicht hin ja ich komm ja nicht mal bis da oben hin hä ah na klasse so ja keine ahnung ich start level nochmal gucken ob ich mich irgendwie hoch packen kann oder anders aber wenn die mich so ist dann werde ich ah bin vorhin also irgendwie random ganz weit nach oben geflogen okay what the wieso ist die wand hier die andere die andere das wäre jetzt die idee gewesen ähm ja nö es bringt mir aber auch nichts wenn ich jetzt hier hinkommen würde oder ja das bringt mir doch auch nichts wenn ich jetzt hier stehen würde ja dann kann ich hier oben gehen die decke hä okay okay warte kann man irgendwie top speed hier ansammeln um um und ist deaktiviert oder hat ja so schnell das ende dass ich muss irgendwie nach oben dass ich gerade nicht muss alle targets zu wieder betreffen warte actual okay jetzt hat sich der tower hier gemocht anscheinend und da ist ein checkpoint die schalter sind aber schon aktiviert jetzt oder jetzt hat nichts zu funktionieren wie gedacht aha aha bin ich wieder hier ach so wir sind auch von außen bleiben die nicht aktiviert doch jetzt ist der turm unten also auf deutsch ich war einfach nur hier unten ja gibt mir nicht auf dem sack vielleicht nicht erst los werden kommt hier ihr witz wie hier ja das wäre es gewesen eigentlich wahrscheinlich okay verwirrend wie sonst was dass man echt jetzt die ganzen dinge anständen muss damit dann das da unterfährt und dann nach oben kommt what the hell das war nicht ersichtlich aber ok gut letzte level haben wir uns hittelt vor 9 ach komm 10 min gebe ich dem level jetzt ansonsten muss ich ihn heute abend noch aufnehmen aber dann habe ich auch alles das mal ich hoffe das jetzt so ein bonus level wo man sich einfach gut fühlen kann frank ist es nicht restart level ich bin schön dass ich jetzt die komischen packer level einfach so schaffe kann ich einfach ja hab bestimmt so gewollt na come on restart weil ohne tricks und so komme ich hier außen hin ob das jetzt schneller ist haben wir da hingestellt aber es ist angenehmer also irgendwo ein checkpoint dazwischen nö gut da ist ein checkpoint so ich treue dem ding nicht oh boy ist das ein turm der sich jetzt gerade zusammenbaut ähm also ich war zu langsam oder was auf auf gefällt mir nicht ok ja der brot ist auch zusammen gut aha irgendwie mies irgendwie sehr mies irgendwie sehr mies what hey Bullshit war harter Bullshit viel zu harter Bullshit viel zu harter Bullshit ok das ist ein sehr interessanter level ok war mal war 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 hin also so kommen Keine Ahnung, was da eigentlich so ein Zweck war, aber egal. Na, komm mal. Warum so ein Sprung? Ich kann die doch nicht. Oh Mann, anscheinend nur einer. Uppdi duppdi du. Ach, come on, wirklich. Uff. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Oh Mann. Uppdi duppdi, dann geht der Scheiß noch, oh Gott. Geil, dann geh ich drauf und dann muss ich den ganz Scheiß nochmal machen. Oh Mann. Boah, ne. Das ist ja zum kurzen. Hallo, ich hab euch Wixviecher getroffen. Jo. Ich mein, die anderen Level sind auch schon kacke, aber der hier, wow. Der hier übertrifft das nochmal. Ich kann diese Kacksprünge nicht. Also nicht Reliable. Ja, und dann, ach. Ey, die Dinger sind viel zu kurz benebelt von nem Schuss. Viel zu kurz. Die müssten eigentlich deutlich länger ihr Malus halten. Gut. Ich krieg das hier nicht drauf hin. Machen, was ich will. Ja, dann ist natürlich direkt danach, ist auch so ein Ding, wo man wieder gegen schießen muss. Wo man sonst abgeballert wird. Und ein Q-Bus. Ja, alles klar. Wieso krieg ich den Sprung nicht hin? Das ist so ne Bullshit-Mechanik. Und dann fest. Was ist das, das ist der Kack-Gluck-Annar. Das war's. Oder war's. Das war's. Der Kack-Gluck-Annar. Wieso? Das war's. Finde. Wo war's. Das war's. Der Kack-Gluck-Annar. Da ist doch... ja ist klar dann noch so ein sprung und kein checkpoint ist klar ist klar kein checkpoint warum ist da so ein dummer 3d effekt da ist mein checkpoint mytho kali irgendwas hat irgendwer sein bild reingehauen anscheinend ja oh cool noch mehr bullshit oh man ja toll wo bin ich jetzt gestorben oh man ich bin wieder gesprungen ich hätte fallen müssen ja dann sowas mit spaß das ist doch bullshit so hoch erstmal hier landen dann da landen wie weit denn noch irgendwo muss mal gut sein oh man irgendwann gibt es noch ein checkpoint das ist der erste level der auch die barriere mit anhebt kann das sein komm entspanntes ende oh noch so ein foto nee kein foto zum centry ding oder wie auch immer die heißen ich habe dich gecheckt zwölf minuten jetzt haben wir es 9 uhr und ich muss noch duschen ich meine nicht dass ich irgendwie verlangen oder ein zwang habe jetzt früh im büro zu sein aber also ich soll einfach hier runter und dann soll ich hoch und dann sagt mir das hier Ende ist oh immer noch nicht hier ist Ende halleluja gut main menu so gut ich habe die story ich habe alles eingesammelt ich habe das true ending was nicht gerade viel aussagekraft hatte aber egal ich habe die speedrun level und ich werde diese spiele nie in meinem leben wieder runterladen glaube ich das letzte mal vor 8,5 jahren gespielt und halt jetzt nochmal und die aufnahme von 8,5 jahren die ist abhanden gekommen und da hatte ich nicht alles eingesammelt und nur die story gespielt gut weil ich da auch gar nicht drauf geachtet habe glaube ich ich glaube ich habe einfach nur die level gespielt also wie man es auch machen sollte und nicht überall jede ecke angucken gehen aber gut was soll's ähm ja dann würde ich sagen sage ich erstmal jetzt einfach dann ciao das war es mit deadcore und ich werde dann halt irgendwann heute abend die sachen zusammenschneiden und dann kann ich auch deadcore äh remixen und hochladen und all so ein kram machen oh hey ich muss immer noch äh restless tool durchspielen und heute abend eventuell dann rayman 2 muss ich mal gucken aber jetzt erstmal Richtung plätte und duschen und ah ganz so ein ja was wollte ich sagen was soll ich sagen und ganz viel anderen scheiß genau und äh ja dann Richtung Arbeit geil gut adios ich äh äh